ja heute habe ich mal kein whisky beziehungsweise habe auch whisky hier weil ich ja gleich sagen aber ich trinke jetzt kein whisky ja ich habe versprochen dass ich auch mal ein gewinnspiel mache sozusagen weil weihnachten bald vor der tür steht christmas time happy christmas time ja und ich werde es aber ein bisschen anders machen als wie andere machen dafür bin ich halt bekannt ich mache ja alles anders als andere sagt man mir jedenfalls immer dass ich einzigartig bin und so keine ahnung vielleicht wegen meiner faxen die ich immer mache weiß ich nicht ja wir machen heute ein gewinnspiel und zwar gibt es drei fragen ja das was gaelic 1 2 3 ja ich werde machen jetzt also ich die fragen stellen ihr habt dann eine woche zeit diese zu beantworten unten in die kommentare könnt ihr rein machen wenn ihr möchtet wenn keiner eine antwort macht dann gibt es nichts zu gewinnen ganz einfach da behalte ich selber ja ja ich stelle euch drei fragen von es wird von frage zu frage etwas schwieriger und weil es gibt ja auch der erste preis wird natürlich was besonderes sein und die anderen sind halt kleinere aber der erste wird was besonderes sein ja dann fangen wir mal an mit der ersten frage und zwar lautet die in welcher also in welcher stadt habe ich als kleiner junge drei jahre gelebt außerhalb von deutschland natürlich ja ich kann euch ein typ geben das ist irisch natürlich und i'm not a limerick man yes und liegt in ulster oder ulster ja mehr tipps gebe ich nicht okay so die zweite frage wird sein zu welchem großereignis werde ich im februar also nach scotland fliegen zu welchem großereignis fliege ich nach schottland ja und die letzte frage wird sein dass es die schwierigste frage für euch welcher rupke spieler oder wie rupke spieler ist mein lieblingsspieler ja ich sage nur weil es zu schwer ist sonst es ist ein wie soll es auch anders sein ein irisch player ein irischer spieler welcher irische rupke spieler ist mein lieblingsspieler so haben wir alle drei fragen jetzt gemacht jetzt könnt ihr euch eine woche lang einen kopf machen nächsten sonntag kommt die auflösung und zu gewinnen gibt es für platz drei ein blackwood irisch whisky ja ich kenne den nicht keine ahnung wie das schmeckt kann ich nicht sagen dazu und wo den zu kaufen gibt weiß ich auch nicht ich habe den selber geschenkt bekommen ja den gibt es aber zu gewinnen könnt ihr mir dann sagen denn wie er schmeckt platz zwei wird sein ein glas ähm von tamaris bis die hier vorne drauf ja ein schönes nosinglas ja könnt ihr auch machen wie ich immer ja das ist platz zwei und jetzt kommt der hauptgewinn ich habe mir etwas besonders einverlassen für den hauptgewinn weil ich bin der sozusagen der kleinere weihnachtsmann ja und weil ihr mich ja auch immer unterstützt habt die ganze zeit jetzt ich bin bald zwei jahre hier ich glaube im januar oder so muss ich noch mal nachgucken mache ich dann bei faq weil faq habe ich nicht gemacht die fragen mache ich nächstes mal bei der auslosung dann auch und ja habe ich mir was besonders mal einfallen lassen und zwar der erste preis wird sein ja dieser hier das ist der glan faq les 25 25 in diesen whisky also ist in dieser verpackung ist drin der 25 jährige whisky und noch ein kleiner ist drin und zwar der 40 jährige whisky dieser kriegt der gewinner der die fragen beantwortet von mir und das einzige was da noch sein wird ich werde von den 40 jährigen nächste woche aufmachen und ein schlückchen rausnehmen einen drum tut mir leid für den gewinner hast du aber nur halbe kleine flasche davon weil ich muss ihn natürlich auch probieren 40 jahre whisky ist mein ältester whisky denn und deswegen werde ich ihn probieren aber die 25 jährigen da braucht keine angst haben den mache ich nicht auf am ja das wird also mein hauptgewinn sein ihr habt gesehen platz 3 kleiner whisky platz 2 thomas bsd nausen glas und platz 1 landfakt ist 25 ja so dann hoffe ich ihr werdet schön glück haben wünsche euch viel glück wie sagt man rechts weg ausgeschlossen und alles was sonst noch gibt achso ja und dann wollte ich noch sagen natürlich meine kumpels die hier eingefleischten von mir die dürfen natürlich nicht mitmachen ich krieg das raus wenn ihr damit macht ich kenne euch ihr seid nämlich alle scallywacks meine kumpels sind alles scallywacks also alles lausbuben ähm so wie ich i'm the first scallywack ähm ja ian du auch ian ich kenne dich alter wenn du deine freunde vorschickst oder so ich krieg das raus dass sie das ist ähm weil die wissen ja alles die wissen ja die drei fragen zu beantworten ähm sowieso und die dürfen nicht mitmachen aber der rest darf natürlich mitmachen wer nicht mich nicht ähm mich mich machen wie die karten ähm wer ähm mich nicht persönlich zu kennen ja dann wünsche ich euch viel spaß wünsche euch noch einen schönen zweiten advent und ja dann sehen wir uns nächsten sonntag see you later alligator